Ja, ich glaub schon. Gut, mal gucken, was du dann zu sagen hast. Wumba's Wigwam. Großes Willkommen an Kleinbär und Vogel. Ich bin Benji und das ist meine gefiederte Freundin Kazooie. Ich bin Wumba Wumba. Beste Zauberperson auf ganzes Spiel. Man hat uns gesagt, Wumba wäre der Beste. Nicht wahr, Wumba Amateur. Wumba Beste, du bring Globo Zauberwesen zu mir. Du haben Globo, wollen es Wumba geben? Ja, geben wir es Wumba. Wumba Wumba. Natürlich, ich werfe es einfach hinein. Yeah. Nun, Zauber fertig, springe in Wumba Becken. Wumba Wumba Wumba. Du bist ja ein witziges Kerchen. Sieht aus wie so eine Transe. Aber auch egal. Na? Komm, hier raus. Und rein da. Yeah, jetzt bin ich ein Steinmensch. Wumba, das nenne ich Steini. Du 3D-Schallstück bestätigen. Um zu bewegen, Tisch und zu drücken, B, um zu attackieren, wie viel stark Dingspunkt. Springen wie dein Wumba Wecken, denn wenn wollen, wieder Bär und Vogel sein. Ähm. Puh. Raus hier. Raus. Smaragd-Schlangenhalle heißt das. Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, und jetzt sehen wir ein Steinmensch. Ah, er kann sogar... ...angreifen. Unter den großen Felsen findest du viele Überraschungen. Ähm, was für ein Felsen, bitteschön. Von da komm ich. Ähm. Mein Controller macht schlapp. Gucken, ach da. Genau. Da war diese Schlange. Also muss es hier weggehen. So, springen muss ich. Ho. Huh. Ähm, lass mich in Ruhe. So. Der ist gar nicht mal so schwach. Du hast eine Geschicklichkeits-Honigwabe gefunden. Ähm. Drücke B im richtigen Moment, um deinen Energiefeuerrat optimal aufzufrischen. Ähm. Meine war schon optimal aufgefrischt. Jetzt. Oh. Das hat sich ja gelohnt. Das dürfte sich aber später lohnen. Wenn ich mal nur so eine Honigwabe noch hab und ich krieg so eine Wabe, dann kann ich alles auffüllen. Schwer ist es ja nicht. Vielleicht wird es ja noch schwerer später. Vielleicht wird es ja dann schneller. Die Auswahl. Ja, und diese Steine kann ich bestimmt irgendwann mit einem Move später kaputt machen. Geht ja gar nicht an das. Und ich würde sagen... Wir kümmern uns mal um diesen Bereich hier. Und die Musik hier ist auch wieder phänomenal. Und was willst du? Ich spiele Banjo. Der Steine. Darf ich auch spielen? Hm, ich weiß nicht. Dieser Rucksack kommt mir so bekannt vor. Wie sollst du damit sagen? Wir seien Bär und Vogel von... Und verseuchten und... Äh, was? Abluck, bluck. Ganz offensichtlich. Aber es gibt sowieso zu wenig Spiele. Also macht meinetwegen mit. Das mach ich. Schon allein wegen der Musik. So, und man kann hier auch noch trainieren. Ähm, Marios Fußballstadion. Man kann hier auch noch trainieren. Aber das lasse ich jetzt. Und... Ich würde sagen, das sehen wir dann im nächsten Video. Nämlich dann, wenn ich einen anderen Controller habe. Wir sehen uns dann. Okay, jetzt dennoch. Willkommen bei der Meisterschaft im Steinball-Turnier. Da ist das Viertelfinale antreten. Aber ich empfehle dir zunächst, dort unten ein wenig zu trainieren. Ja, ich muss auf jeden Fall Controller wechseln vorher. Na, geht's jetzt wieder? Ach, ich probiere es einfach einmal. Vielleicht klappt es hier. So, Steinball-Turnier. Viertelfinale. Und das ist ein Vierer-Battle. Hey da, wer ist dieser hessische Kerl? Möge der beste Steine gewinnen. Ähm, wo bin ich? Hier oben. Und so viel ich weiß, muss ich einfach... Hier rein. Okay. Na, na, na. Ähm, wie schieße ich eigentlich? Ah, mit Z. Nur mein Controller. Heck drum. Das ist nicht schwer. Die sind ja ultra schlecht. So. Na toll, verloren. Obwohl ich den gleichen Punktestand habe wie der andere. Ähm, nee. Ich mache jetzt erstmal Pause und wechsle den Controller. Wir sehen uns in einem Viertelfinale beim nächsten Video. Bis dahin.